Mit Veröffentlichung des Steam Decks hat das Unternehmen Valve die Frage nach Gaming on Linux nochmal ganz neu gestellt. Gaming on Linux wird immer beliebter und vor allem auch immer lukrativer, gerade für die Game-Hersteller. Und so passiert es auch, dass immer mehr Gaming-Linux-Systeme aus dem Boden sprießen. Die Anforderung eines guten Gaming-Linux-Betriebssystems ist Schnelligkeit, Einfachheit und gute Performance. Ein solches Betriebssystem, der dies alles vereint, schauen wir uns heute an. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS und heute widmen wir uns mal einem Betriebssystem mit dem Namen Nobara Project. So, Nobara Project wird erstellt von einer einzigen Person und zwar namens Thomas Krider, auch bekannt unter dem Pseudonym Glorious Eggroll. Zusätzlich arbeitet Thomas Krider, ich weiß es nicht, ob ich es richtig ausspreche, als Engineer bei Red Hat. So, das Nobara Project ist quasi so ein Projekt, wo er so sein ganzes Wissen, was er gerade über Proton GE und Wine GE hat, versucht in einem Projekt zu einen. Und zwar möchte er quasi Fedora nehmen und daraus quasi eine Gaming Workstation machen. Das ist im Prinzip kurz und knackig zusammengefasst, was Nobara Project sein soll. Auf Computer Base habe ich einen interessanten Artikel noch gefunden, beziehungsweise ein Artikel ist es nicht, es ist ein Leserartikel, also ein Forum-Eintrag von einem Nutzer namens Stein Alex, der wohl gebannt ist. Und er hat das Ganze kurz zusammengefasst, was dann das Projekt ist und hat da gleich noch ein paar wichtige Fragen beantwortet. Zum Beispiel, gibt es noch andere Gaming-Distributionen? Ja, ein bekanntes wäre Garut Linux, welches auf Arch Linux basiert. Hier oben habe ich dir mal das Video verlinkt, denn zu Garut Linux habe ich bereits ein Video gemacht. So, dann schreibt er hier, was ist bei Nobara Project so besonders? Ja, und zwar einmal gibt es spezielle Treiberpakete, eben als auch ein angepasster Kernel, der eben das Ganze ziemlich schnell machen soll. Und wo soll das Ganze dann hin? Hier steht, Nobara muss mit aktuellen AMD-Karten und dem Valence sehr gut performen. Da gibt es quasi immer noch ein paar Einschränkungen, wenn du Nvidia hast, dann wird es wahrscheinlich immer noch zu Einschränkungen kommen. Weiter soll ein extra Projekt-Kernel den Nobara-Kernel ablösen. Das Ganze soll nochmal beschleunigen. Die Rede ist von XenMod-Kernel. Allerdings, der XenMod-Kernel, wenn ich das richtig davon weiß, soll basiert aus oder funktioniert nur für Ubuntu und Debian basierte Systeme. Aktuell. Also muss der Ganze dann wirklich noch komplett umgebaut werden, sodass man ihn dann entsprechend auch auf anderen Betriebssystemen nutzen kann. So, und zum Schluss ist das Nobara-Projekt interessant. Von seiner Seite aus sagt er ja, ganz eindeutig. Und das finden wir jetzt einfach mal raus. So, es gibt drei ISOs, die verfügbar sind. Einmal das sogenannte Official Build, Nobara mit einer modifizierten Version von GNOME. Dann gibt es noch zwei weitere. Einmal Nobara mit dem normalen GNOME-Desktop und Nobara mit KDE. Lass mal. So, und dann würde ich sagen, einmal auf Download. Dann kommen wir hier zu dieser Seite, wo wir dann entsprechend die jeweiligen Sachen herunterladen können. Ich werde jetzt hier einfach mal auf einen EU-Mirror gehen. Ja. Und werde das Ganze jetzt hier mal über diesen EU-Mirror runterladen lassen. Und das geht recht zügig, wie man das schon sieht. Das sind fast vier Gigabyte, ist die ISO groß und er braucht hier keine Minute, um das noch runterzuladen. Also es geht dann doch sehr, sehr schnell. Der Download ist auch schon fertig. Und dann gehen wir in unsere virtuellen Machine Manager. Und dann erstellen wir einfach mal eine neue Maschine. Einmal durchsuchen. So, dann haben wir hier dann Nobara 36 Official. Einmal auswählen. So, hier hat er nichts erkannt. Aber wir wissen ja schon, dass es sich um ein Fedora handelt. Und zwar, wir nehmen jetzt hier Fedora 35, obwohl es wohl 36 ist. Nicht so schlimm. So, Speicher. Ja, komm, machen wir wieder 8 Gigabyte. Und CPUs gebe ich ihm 6 virtuelle Kerne. Dann machen wir hier 50 Gigabyte. Und dann einmal weiter. Ich möchte eine EFI-Installation machen. Deswegen wähle ich hier UEFI aus. Und der Rest gefällt mir so, wie es ist. Einmal speichern und Installation beginnen. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Nobara direkt zu starten. Der Standard-Eintrag ist Test this media and start Nobara 36. Ja, das Media will ich jetzt nicht testen. Deswegen gehe ich hier einmal nach oben und direkt start Nobara 36. So, dann sind wir hier auch schon in einer Live-Umgebung drin. Und hier fragt er jetzt, ob ich eine Nobara nur ausprobieren möchte oder gleich installieren möchte. Ich sage Install. Hier im Hintergrund sehen wir schon Standard-Hintergrundbild von GNOME, von dem neueren GNOME, vom aktuellen GNOME. Hier sehe ich auch schon das Windows-Teiling, was man auf PopOS so kennt. So, Deutsch. Er hat erkannt, dass ich Deutsch bin. Ich möchte die deutsche Sprache auch haben. Jawohl. Einmal fortfahren. So, jetzt hat er hier auch schon deutsche Tastatur ausgewählt. Und jetzt sieht das schon so ein bisschen aus nach Fedora quasi. Fedora-Installation. So, hier muss erst mal Installationsziel angegeben werden. Im Prinzip braucht man soweit nichts machen. Wenn man nichts ändern möchte, kann jetzt quasi oben links sofort auf Fertig. Ich finde diese Fedora-Installation immer so schlimm, weil das so unintuitiv ist, dass man zum Beispiel oben links auf Fertig klären muss, anstatt zum Beispiel unten rechts oder oben rechts. Also es ist irgendwie immer noch ziemlich unlogisch. So, aber wir lassen das jetzt alles so, wie es ist. Klicken einfach auf Fertig. So, dann brauchen wir ein Root-Konto. So, das ist standardgemäß deaktiviert. Das ist auch in Ordnung. Das lassen wir. Wobei er sagt hier, es muss irgendwie aktiviert sein. Na gut, dann machen wir das. Dann machen wir hier ein Root-Konto mit einem sehr schweren und komplizierten Passwort. Das Passwort ist zu kurz. Klicke fertig zweimal, um das zu bestätigen. Eins und zwei. Sehr gut. Und ich möchte gleich noch einen Benutzer anlegen. Und zwar den Benutzer-Typ. Auch hier ist das Passwort wahrscheinlich zu kurz. Also gehe ich zweimal auf Fertig. Und dann speichert er das ab. Und dann können wir die Installation starten. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. Nobara wurde erfolgreich installiert und ist bereit zur Verwendung. So, dann einmal Installation abschließen und das System wird neu gestartet. Und hier sind wir auch schon im Anmeldebildschirm. Das sieht ganz normal aus wie der Standard-Gnome-Anmeldebildschirm. Dann einmal eingeloggt. Und dann kommen wir zur GNOME 42 Einführung. Die werde ich jetzt ablehnen. Wer das mal machen möchte, installiert sich einfach irgendein Betriebssystem mit GNOME und da ist die Einführung immer überall gleich. So, bevor es richtig losgeht, werde ich jetzt hier nochmal in die Einstellungen gehen und gleich mal die Auflösung anpassen. Bildschirm, Auflösung und das ist die falsche. Das ist die richtige. So, beibehalten. Gut, so, jetzt haben wir endlich mal eine gute Auflösung. Ja, das sieht dann aus tatsächlich wie ein leicht abgewandeltes GNOME. Das ist der Standard-Gnome-Hintergrund. Und allerdings haben wir eben hier unten eben eine Leiste. Und es gibt auch kein gekacheltes Anwendungsmenü. Und es gibt auch kein gekacheltes Anwendungsmenü. So, eine Besonderheit, die mir hier gerade aufgefallen ist, ist dann hier unten. Teil Windows. Das kennen wir schon von Pop.OS. Und sobald man eine Anwendung öffnet, dann wird die hier quasi gekachelt. Dann kann man das hier hin und her kacheln. Ich kann jetzt hier mal ein paar Anwendungen öffnen. So, und dann werden die hier quasi, ja, in einer Kachel angegeben. Das kann man dann hier alles noch schön einstellen. Und wenn ich das einfach wegmache, das Teil Windows, dann liegen die Fenster ganz normal übereinander. So, hier unten können wir gleich mal hingucken. Wir haben hier ein Software Center. Das ganz normale GNOME Software Center. Darüber kann man auch die Aktualisierung durchführen. Wir haben den Standard-Dateimanager von GNOME. Hier unten noch ein Kalender drin. Und Firefox ist der Standard-Browser. Der ist auch schon auf Deutsch eingestellt. Das ist sehr, sehr gut. Und ich möchte noch ganz schnell wissen, welche Version das ist. Das ist die Version 102. Und zwar die normale, nicht die Extended-Release-Version, sondern ganz normal die, ja, aktuelle 102er-Version. So, dann gucken wir auch gleich mal, was alles so Schönes hier im Menü ist. Was mir hier dann auffällt, ist, dass das Menü selber komplett auf Englisch ist. Das heißt, dieses Menü ist quasi selbst gebaut scheinbar und deswegen nur in englischer Sprache verfügbar. Hier sehen wir gleich Arc-Menu-Settings. Das würde ich gerne mal wissen, was das ist. Das scheint ein Einstellungsmenü für das Panel hier unten zu sein. Und da können wir dann immer schön schauen, wo das Ganze sein soll. Das ist im Prinzip, ja, die Position im Panel von diesem Arc-Menü. Das nennt sich Arc-Menü. So, was haben wir noch? Wir können das Arc-Menü auf allen Panels, wir können hier mehrere Panels hier einfach erstellen. Und dann können wir das Arc-Menü auch auf allen Panels entsprechend darstellen lassen. Und ja, so kann man dann das Ganze sich hier entsprechend durchschauen. So, hier kann man dann einstellen, wie das Menü aussehen soll. So, wir haben hier das Arc-Menü. Das ist so, wie es jetzt hier aussieht. Gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Pint-Apps, wir können Kategorienliste machen. Gucken wir mal. Ah ja, okay, dann haben wir hier links diese Kategorienliste. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Das haben wir sonst noch. Frequent-Apps ist dann wahrscheinlich die meistgenutzten. Dadurch, dass ich jetzt erstmal nur die vier hier unten aufgemacht hatte, werden auch nur die vier hier angezeigt. Dann haben wir noch All-Programs. Da werden dann einfach alle aufgelistet, alphabetisch. Auch das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. So, aber wir belassen das bei den Pint-Apps. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, das Avatar-Icon-Shape ist entweder rund oder square quasi, also quadratisch. Und so kann man auch viele Sachen einstellen. So, wir können hier Themes überschreiben. Da gibt es dann das ganz normale Arc-Menü-Style. Und dann kann man halt noch verschiedene andere Themes entsprechend laden oder einstellen. Und hier kann man dann wirklich ganz üppig die Einstellungen dann machen. Und sich dieses Menü, das Arc-Menü, so anpassen, wie man es denn gerne hätte. So, Arc-Menü, Menü-Extension für GNOME. Und erstellt von Andrew Zech und Andy C. Das heißt, das ist jetzt nicht exklusiv für Nubara, sondern lässt sich auf ziemlich allen GNOME-Systemen so verwenden als Erweiterung. Sehr gut. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier alles so schönes installieren, oder wie das Menü hier so aufgebaut ist. Ich mache mal Activities Overview. Wenn ich da draufklicke, komme ich dann quasi hier in das Fenster rein, wo ich dann meine ganzen Workspaces entsprechend sehen kann. Wenn ich also hier auf Activities Overview, dann kann ich hier rüber gehen, glaube ich. Jawohl, hier rüber gehen und dann hier zum Beispiel was anderes aufmachen. Und dann kann ich zwischen diesen einzelnen Fenstern quasi hin und her schalten. Hier oben kann ich das dann auch nochmal machen. Man merkt auch, es ist wenig Animation zu spüren. Es ist alles quasi ziemlich flott, wenn man es so sieht, ohne Animation. Das liegt halt auch daran, dass dieses Betriebssystem eben auf Performance getrimmt ist. Es soll eher performant sein und weniger schön, sage ich mal. So, was haben wir hier noch? Das Standard Terminal Tweaks haben wir noch. Das wird das Gnome Tweaks Tool sein. Das ist aber verschoben worden. Hier kann man dann tatsächlich noch einige Einstellungen machen. Aber das Tweaks Tool in dem Sinne gibt es so gar nicht mehr. Das ist irgendwie mit Gnome 42 an eine andere Stelle verschoben worden. Nennt sich dann Gnome Erweiterung. So, hier haben wir dann noch Einstellungen. So, da können wir dann hier zum Beispiel bei Erscheinungsbild. Ah ja, okay, das ist quasi Mobile First gemacht. Wenn das Display sehr klein ist, dann hat man das jetzt so gemacht, dass man zwischen dem Auswahlmenü und der entsprechenden Einstellung hin und her schaltet. Und erst wenn es Vollbild ist, dann wird beides angezeigt. Auch sehr schön. So, hier haben wir das Ganze mit diesem hell-dunkel. Wenn das Ganze so, dass sich das Hintergrundbild quasi auch mit ändert, wenn es hell und dunkel ist. Jetzt haben wir ja ein dunkles Hintergrundbild. Wenn ich jetzt hier auf hell gehe, dann haben wir im Prinzip auch weiße und helle Fenster. Und das Hintergrundbild ändert sich auch entsprechend ab. So, das ist Gnome spezifisch. Also es ist nichts, was mit Nobara zu tun hat. Das ist also eine standarde Gnomeigenschaft mittlerweile. So, und dann haben wir hier noch unsere Orte quasi. Unser Homeordner, Homeverzeichnis, Dokumente, Downloads, Musik und so weiter. Und hier geht es auch nochmal zum Software Center. Da waren wir ja eben. Gut, ich will aber mal auf All Applications. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Bildung. Bei Bildung ist LibreOffice Math drinne. So, dann haben wir Büroanwendungen. Das ist also alles in Kategorien hier aufgelistet. Das ist sehr gut. Das ist alles in Kategorien. So, bei Büro haben wir die LibreOffice Suite drin. Das ist sehr, sehr gut. LibreOffice ist immer gut. Und ja, Kontakte und Kalender. Gnome-Kontakte und Gnome-Kalender. Unter Entwicklung finden wir Boxen. Boxen ist quasi sowas ähnliches wie, ja, ist im Prinzip zur Verwaltung und Erstellung von virtuellen Maschinen. In Boxen, das geht ziemlich einfach und ziemlich schnell. Man kann einfach draufklicken und dann hier eine Box entsprechend erstellen. Ich breche das jetzt einfach mal ab. Das ist wirklich mal, wenn man mal ganz schnell eine virtuelle Maschine erstellen möchte, geht das über Boxen wirklich sehr, sehr gut. Dann bei Grafik. Da habe ich schon vorhin schon kurz gesehen, Blender ist vorinstalliert. Das finde ich interessant. Allerdings kein Gimp. Auch das finde ich seltsam ein bisschen. Das ist zwar Blender drauf, ist aber kein Gimp. So, wir haben Fotoanzeige. Also Foto verwalten und so weiter. HP-Lib ist quasi drauf, Inkscape und LibreOffice drauf. Aber wie gesagt, kein Gimp. Das finde ich schon irgendwie seltsam. Naja. So, Hilfsprogramme. Da gibt es dann allerlei Zeugs, was immer bei Gnome und überhaupt bei vielen Betriebssystemen mit dabei ist. Bildbetrachter, Archivverwaltung, Schriftarten, Laufwerke und so weiter. Eben auch ein Terminal und natürlich ein Taschenrechner. So, bei Internet, da finden wir dann Firefox. Steam ist schon vorinstalliert. Das ist auch sehr gut, weil Steam ist quasi einer der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Gaming-Plattformen quasi. Ja, ich weiß, es gibt ja noch die anderen hier, wie zum Beispiel Epic Games oder Ubisoft. Ja, aber Steam ist auch das, was über Linux dann wirklich am kompatibelsten ist. Bitte nicht verwechseln mit Lutris. Lutris ist keine Gaming-Plattform, sondern Lutris ist quasi eine Verwaltung von verschiedenen Gaming-Plattformen. Warum Lutris hier nicht gleich mit drauf ist, auch das ist mir ein Rätsel. Und dann kann man sich jetzt hier anmelden oder einen neuen Account erstellen. Gut, so, machen wir weiter. Und bei Verbindungen, da kann man dann entsprechend Netzwerkverbindungen einrichten, wie zum Beispiel VPN-Verbindungen, VNC-Verbindungen und so weiter und so fort. So, dann einmal hier Multimedia. Schauen wir mal, was hier drauf ist. Da haben wir Cheese. Das ist, ja, Webcam-Anwendung. Caden Live ist mit drauf zum Videoschneiden. OBS zum Aufnehmen von Streams oder zum Streamen selber, zum Bildschirmaufnahme und so weiter. Und hier ist Stream Effects quasi mit integriert schon, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist ja krass. Schauen wir mal. Ich sage einfach mal OK oder schließe das hier mal oder wie auch immer. Ach, ich muss den Assistenten hier machen. Wir machen mal, machen wir optimieren für Stream. Einfach weiter. Ja, weiter. Twitch. Ja, machen wir einfach. Nee, abbrechen. Und OK. So, Stream Effects ist hier oben dann mit drin. Und das Schöne bei Stream Effects ist, dass man dann in den Einstellungen zum Beispiel auch einen modifizierten Encoder mit hat. Denn standardgemäß ist bei Encoder mal der Software-Encoder mit drin bei der Ausgabe. Ich muss mal schauen. Das wird wahrscheinlich jetzt hier, dadurch, dass das eine virtuelle Maschine ist, wahrscheinlich auch so sein. Und dann kann man hier, haben wir dann den FF-MPEG-Encoder. Und der läuft, sage ich mal, wenn man einen AMD oder wenn man eine ATI-Grafik oder eine AMD-Grafikkarte hat, läuft der nur so semi-gut. Unter Windows ist klar, wenn man da, da sollte man dann immer einen Hardware-Encoder verwenden, wenn man Windows über Windows streamt. Und dann läuft das immer echt super, weil es den eigenen Prozessor sehr, sehr schont. Und man wirklich dann auch sehr prozessor-lastige Spiele dann live streamen kann ohne Performance-Einbuße. Unter Linux läuft das mit dem Standard-FF-MPEG-Encoder nur so semi-gut, zumindest bei mir. Und ich habe AMD-Grafikkarte drin, lasse dann quasi trotzdem über den Software-Encoder laufen. Klar, da geht die CPU ganz schön nach oben. Aber ja, das ist dann trotzdem irgendwie machbar. Und wenn du das selber mal bewerten möchtest, dann komm einfach immer samstags ab 19 Uhr, streame ich live auf Twitch. Da dann einfach mal einschalten. 19 Uhr auf Twitch, slash so ein Typ im Internet. Und dort spiele ich immer, ja, Spiele. Aktuell zu diesem Zeitpunkt hier, Ende Juli, spiele ich gerade Portal 2. Wir haben gestern, habe ich Portal 2, also gestern, am 23. Juli gestern, habe ich Portal 2 schon angefangen. Und ungefähr bis zur Hälfte schon durchgespielt. Und nächste Woche geht es dann quasi weiter. Also am besten jetzt schon mal auf Twitch gehen und dort abonnieren oder einfach auf Follow drücken. Und dann nächste Woche 19 Uhr dabei sein. Dann geht es nämlich den zweiten Teil von Portal 2. So, dann so viel zu diesem Thema. Ansonsten gibt es, ich glaube, bei Stream-Effekts dann hier noch, wir brechen das jetzt einfach mal ab. Oder wir sagen einfach nein, wir wollen das nicht speichern. Es gibt wohl dann noch diverse Effekte und Filter, die man dann noch hinzufügen kann. Das sind jetzt Audio-Effekte. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gut. So, wenn ich jetzt hier mal fix eine Quelle erstelle, zum Beispiel einfach nur eine Bildschirmaufnahme. Und dann kann ich hier mit Rechtsklick auf Filter gehen. Und dann werden normalerweise hier noch recht wenig Standardfilter angezeigt. Und das alles hier, 3D-Transformationen und so weiter. Und auch spezielle Color-Grading-Effekte. Die kommen direkt von Stream-Effekts. Da gibt es dann diese Shader-Effekte, Glow-Effekte und so weiter. Also wer sich da ein bisschen austoben möchte, der wird mit Stream-Effekts dann sehr zufrieden sein. Gut, ich nutze das aber nicht, weil mir reicht das im Prinzip ganz normal. Vielleicht nutze ich es ja irgendwann mal. Gut, soviel zum Thema Multimedia. Ach nein, da haben wir noch Rhythmbox-Videos und VLC-Media-Player. Das sind dann so die Standardsachen, die mit drauf sind. Schön ist, dass auch mal der VLC-Media-Player immer mit vorinstalliert wird. Obwohl zum Beispiel Videos und Rhythmbox schon mit drauf ist. Ja, aber immer noch kein GIMP mit drauf. Das wundert mich tatsächlich. So, jetzt sind wir auch hier bei Lutris. Also ist Lutris doch mit drauf. Ich dachte erst, ist es gar nicht mit drauf. Weil das Steam mit bei Internet, in der Kategorie Internet mit dabei war. So, ProtonUpAcute ist mit dabei. Das ist eben so eine Laufzeitumgebung, damit man Windows-Spiele eben auch auf Linux laufen lassen kann. Dann gibt es hier noch GoOverlay. Machen wir weiter. So, jetzt kennen wir aber auch schon so ein bisschen die Zielgruppe, die das Nobara-Projekt hier hat. Nämlich die Zielgruppe sind Gamer. Nobara möchte eine Gaming-Workstation erstellen und das Ganze so schnell und so effizient wie möglich machen. So, wir haben jetzt hier noch die Systemwerkzeuge. Und unter Systemwerkzeugen haben wir noch den Fedora MediaWriter. Da kann man dann im Prinzip ein Fedora-Image erstellen. SE-Linux-Fehlersuche und das Software-Center. Gut, und unter Zubehör finden wir auch noch so ein paar übliche Verdächte, wie zum Beispiel Gnome Extensions. Das neue quasi, was das Tweak-Tool abgelöst hat. Das haben wir dann hier. Da haben wir hier dann die Popshell von System76. Die Popshell, das ist dann zum Beispiel auch dieses Tiling und so weiter. Das heißt, Popshell ist quasi mit integriert worden. Und dann gibt es dann halt noch so diverse andere Sachen, die hier schon mit dabei sind. Und untersuchen kann man dann im Prinzip noch weitere Erweiterungen herunterladen, wenn man es denn möchte. So, dann noch den Standard-Text-Editor-Uhren, Wetter und WineTricks ist mit drauf. Klar, wenn Luthers mit drauf ist, sollte WineTricks nicht fehlen. Und unter Sonstige finden wir noch einen Yum Extender, damit man Yum-Pakete entpacken kann. Dann das HP-Lib nochmal mit grafischer Oberfläche und die Einstellungen. Gut, so weit, so gut. Finde ich, ist gar nicht zu viel oder zu wenig drauf. Ich finde, es ist genau richtig. Wer mehr braucht, kann dann auch mehr installieren. Und wer nicht so viel braucht oder wer zum Beispiel sagt, ich brauche keinen Blender, der kann das dann eben ganz normal deinstallieren. Am besten dann auch über das Software-Center. Da kann man dann hier ganz einfach auf Deinstallieren klicken. Fertig. Und dann wird das Paket auch wieder entfernt. Es geht also wunderbar einfach. Umgekehrt, wenn mir noch etwas fehlt, wie zum Beispiel GIMP, dann kann ich hier ganz einfach oben links auf die Lupe gehen. Dann einfach mal GIMP suchen. Und dann wird mir GIMP auch hier angeboten. Und zwar als Nubara Linux Paket steht jetzt hier. Aber ich kann dann eben auch als Flat Pack entsprechend installieren. Und interessant finde ich, es gibt ein Nubara Linux Flat Pack und es gibt ein Flat Hub Flat Pack. Was da jetzt genau der Unterschied ist, weiß ich nicht. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Ich werde jetzt einfach mal Flat Pack auswählen und dann gucken wir mal. Und ich nehme mal an, man kann dann hier einfach diese ganzen Erweiterungen entsprechend aktivieren. Hier steht unsicher. Das liegt halt daran, dass dieses Flat Pack eben nicht direkt vom Hersteller kommt. Und wenn du dem vertraust, kannst du trotzdem dieses Nubara Linux Flat Pack installieren. Dann geht das auch, wenn ich jetzt hier oben auf Flat Hub Flat Pack drücke, ist das ebenfalls nicht. Und wenn ich hier unten auf das Nubara Linux Projekt, das ist dann im Prinzip das normale Fedora Paket, das wird tatsächlich dann von GIMP auch gepackt. Und deswegen steht hier dann sicher. Und dann kann ich das hier einfach installieren. Da musst du dir dann aber überlegen, was du dann haben möchtest, was dir dann am liebsten ist. Aktualisierung kann man dann hier rüber einfach durchführen. Hier sind dann auch die Codecs dann mit dabei. Sehe ich gerade sehr gut. Ansonsten ist natürlich das Terminal auch hier gerne wieder dein bester Freund, wenn das wichtig ist. Und kannst dann hier ebenfalls mit sudo zum Beispiel und dann einfach yuminstall neofetch. Du kannst entweder dnfinstall oder yuminstall durchführen. Ja, also dnf würde auch funktionieren. So, das wäre im Prinzip genau dasselbe hier in dem Falle. Ja, hier sehe ich aber gerade, neofetch ist schon installiert. Und Updates kann man ganz einfach durchführen mit sudo yumupdate. Dann soll das Ganze installiert und geupdated werden. Hier wird dann auch gleich ein neuer Kernel installiert. Das werden wir mal ganz kurz abbrechen. Wir gucken mal, mit welchem Kernel das Ganze jetzt hier kommt. Ich mache ein neues Fenster auf. Gut, hätte ich jetzt hier oben einfach auf das Plus klicken können und werde mal unname-r eintippen. Und dann sehen wir, der aktuellste Kernel oder der Kernel, der hier mit installiert wird, ist ein F-Sync-Kernel. Version 18.11, also doch ziemlich aktuell. Wir gucken mal auf kernel.org, bei welcher Version wir aktuell sind. Das ist 5.18.14. Das ist der aktuelle Stable quasi. Und ja, hier ist 18.11 und installiert werden möchte der 5.18.13. Das ist ein spezieller Nobara-Kernel, eine ganz spezielle Nobara-Kernel-Implementierung, eben um Latenzen so gering wie möglich zu halten, weil es geht ja schließlich ums Gaming. So, hier können wir einfach auf Ja machen und dann lassen wir das einfach mal ganz kurz aktualisieren. So sieht das Ganze dann entsprechend aus. So, hier möchte ich dann noch einen neuen öffentlichen Schlüssel eintragen. Da sage ich natürlich Ja. So, dann hier auch nochmal Ja. Da werden jetzt einige Schlüssel importiert. Gucken wir mal. Für die verschiedenen Tools, wie zum Beispiel OBS Studio und eben auch für den Kernel selber. Und wenn man ein System-Update durchgeführt hat, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen, das ganze System einmal neu zu starten. Besonders dann, wenn ein Kernel geupdatet wurde. So, das Update ist durchgeführt worden. Den Neustart habe ich jetzt durchgeführt und was wir hier sehen, ist ein neues Hintergrundbild. Also aus irgendwelchen Gründen wurde hier ein neues Hintergrundbild dann erstellt. Ich weiß jetzt nicht, das Kontextmenü ist jetzt alles auf Englisch wieder. Jetzt weiß ich nicht, ob die gesamte Sprache auf Englisch oder auf Deutsch weiter ist. Aber hier ist wiederum, die Standard-Konomen-Anwendungen sind wiederum alle auf Deutsch. Das heißt, dieses Kontextmenü scheint auch ein selbst gebasteltes Kontextmenü zu sein. Und ja, da ist das Ganze im Prinzip noch nicht komplett fertig übersetzt. Ist aber nicht so schlimm, finde ich. Ist wirklich nicht so schlimm. Ja, das Hintergrundbild können wir jetzt so lassen. Man darf eben auch nicht vergessen, das Nobara-Projekt ist noch in der Entstehungsphase. Es ist quasi noch in der Entwicklung. Und jetzt sehen wir, haben wir den aktuellen Kernel drin. 5.1813. Ebenfalls F-Sync. Also ein spezieller Nobara-Kernel. Alles in allem ist das ein sehr, sehr schönes Betriebssystem. Es ist ein sehr schönes Gnome, obwohl ich sagen muss, ich selber nutze Gnome eben nicht so gerne. Das ist aber eher eine Geschmackssache. Und ich muss aber sagen, die Umsetzung vom Gnome, die leichten Veränderungen, sind sehr, sehr schön durchgeführt worden. Es ist unglaublich schnell und performant. Da hier auf Geschwindigkeit gesetzt wird und eben nicht auf ausschließlich Schönheit, ja, weshalb auch im Prinzip sämtliche Animationseffekte und 3D-Effekte hier abgeschalten werden, der spezielle Nobara-Kernel sorgt eben auch für sehr geringe Latenzen und sehr, sehr schnelle Zugriffszeiten auf das System, das eben für Gamer und Streamer sehr, sehr, sehr gut geeignet ist. Mich freut es sehr, dass OBS Studio zusammen mit Stream Effects ausgeliefert wird, so dass man gleich eine riesengroße Palette an Effekten, an Streaming-Effekten mit dabei hat. Obwohl dieses Betriebssystem Nobara Linux noch in der Entwicklung ist, also im Prinzip noch gar nicht so richtig fertig laut Entwickler, ist es sicherlich schon sehr gut als Daily Driver zu verwenden. Nobara Linux sieht sich selber nicht als Fork von Fedora, sondern nutzt einfach Fedora als Basis und möchte ein eigenständiges, unabhängiges Betriebssystem sein, weshalb zum Beispiel hier auch nicht das Fedora-Logo zu sehen ist, sondern im Neo-Fetch eben dieser Pinguin, weil das der Standard ist für unbekanntes Linux-Betriebssystem. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass das gesamte Nobara-Projekt eben von nur einer einzigen Person betreut wird und erstellt wird. Und das hat leider auch in der Vergangenheit immer wieder zu verwaisten und toten Projekten geführt, die anfangs sehr, sehr gut gestartet sind und sehr verheißungsvoll gestartet sind. Und das ist leider auch hier in diesem Projekt zu befürchten. Daher würde ich mir wünschen, dass dieses Nobara-Projekt ein Community-Projekt wird, sodass dann auch eine Weiterentwicklung und Fortschritt gewährleistet werden kann. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.